Hallo und einen wunderschönen guten Tag hier aus dem Süden der Republik an alle Cap Insider, an alle Kundinnen und Kunden von Donner und Reuschel, an das gesamte Netzwerk unserer beiden Häuser Donner und Reuschel sowie Cap Insight und natürlich alle, die im Moment jetzt gerade zusehen oder zuhören. Mein Name ist Martin Utschneider, ich leite die technische Analyse im Bankhaus Donner und Reuschel und habe heute das Vergnügen wieder durch den Marktausblick oder durch den Utschneiders Weekly führen zu dürfen und um was geht es im Speziellen in dieser Woche und in dieser Ausgabe? Es geht ums Gold und hier fast schon der Zungenbrecher, Fokus auf Fibonacci, genau um das geht es im Moment. Der Goldpreis hat ein ja momentan leider etwas wieder an seinen Gewinnen abgegeben, aber wir schauen uns an, was ist darauf kurz und mittelfristig worauf ist zu achten. Ja, zuallererst oder für Sie alle zur Information, natürlich ist das hier keine Anlageberatung, kein Anlagegespräch, keine individuelle Anlageempfehlung, Verkaufsempfehlung, was auch immer. Gehen Sie bitte für eine individuelle Betreuung, für ein individuelles Gespräch zu meinen Kolleginnen und Kollegen von Donner und Reuschel. Da werden Sie optimal beraten und betreut. Ich mache mit Ihnen hier einen Blick in unser allerliebstes Edelmetall, nämlich das Gold, aber natürlich keine individuelle Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Ja, schauen wir es uns gleich mal an. Wie schaut es aus? Hier der Chart des Goldes im Moment und viele Linien, viele bunte Farben und das bringt uns dann momentan auf den Punkt, dass das Gold natürlich, muss man dazu sagen, Sie haben das auf Cap & Side ja vielleicht auch verfolgt, dass das Jahresverlaufsziel bereits erreicht wurde. Also wir hatten von Donner und Reuschel ja letztes Jahr schon gesagt, das Verlaufsziel für das Gold liegt im Jahr 2023 bei 1905. Das haben wir erreicht. Sogar die 1950 überhandelt. Also von dem her könnte man jetzt sagen, naja, was jetzt passiert, wir haben doch richtig gelegen, aber das ist der falsche Ansatz und das entspricht auch nicht unserem Ideal. Denn wir müssen schauen, was passiert jetzt. Und jetzt haben wir hier bei Gold, nachdem wir hier den Peak gesehen haben, auch die, ja, die obere, das obere Bollinger Band erwartungsgemäß getestet und dann wieder nach unten verlassen haben, haben wir jetzt eine extreme Abwärtsdynamik gesehen. Wir sind aus diesem steigenden Dreieck hier diese Formation. Es hätte ein steigendes Dreieck werden können, aber wie es so immer ist in der Charttechnik, eine Formation ist erst ausgebildet, wenn sie ausgebildet ist. Genauso wie der schlaue Spruch, ein Trend bricht erst, wenn er bricht. Genau das hatten wir hier bei diesem steigenden Dreieck. Steigende Dreieck hat sich nicht ausformiert. Letztendlich das steigende Dreieck hat sich, beziehungsweise der Chart hat das steigende Dreieck nach unten, das ansteigende Dreieck nach unten verlassen. Und wir haben jetzt einige Linien, auf die wir achten müssen. Das sind die Fibonacci-Linien, deswegen auch in der Headline Fokus auf Fibonacci. Das Gold ist im Abwärtstrend, im kurzfristigen Abwärtstrend, hat also die Dynamik, die es im November begonnen hat, verlassen. Und dementsprechend hier auf der nächsten Folie sind maßgebliche Marken jetzt fürs kurzfristige und aus dem kurzfristigen daraus natürlich auch für das mittel- und langfristige entscheidend. Wir haben momentan einen aktuellen Kurs AK von 1.827, heute am 23.2.23. Da bewegt sich der Goldpreis im Moment. Der nächste wichtige Widerstand ist etwas darüber bei 1.869. Das ist die untere Dreieckslinie, fungiert somit als wichtiger Signalgeber aus charttechnischer Sicht und auch als wichtiger Widerstand. Nach unten testen wir im Moment die 1.800, die 38er Fibonacci-Linie und darunter, knapp darunter, verläuft auch die 100-Tage-Linie, was uns momentan ein bisschen oder aus Sicht der Charttechnik ein bisschen Hoffnung macht, dass im Bereich 1.790 bis 1.800 vielleicht demnächst sogar eine Bodenbildung passieren könnte. Und warum? Weil auch die Marktechnik, das sehen Sie hier rechts, MACD, Slow Stochastic und Ichimoku-Indikator sich neutral zeigen, also nicht mehr extrem auffallende Kurse, sondern sich im neutralen Terrain befinden. Und auch die Bollinger-Bänder verlaufen im Bereich 1.870 bis 1.794. Und wenn ich dann das untere Bollinger-Band bei 1.794 mir anschaue, gleichzeitig die 38er Fibonacci, 38% Fibonacci-Linie und die 100-Tage-Linie, dann ist das alles irgendwo dasselbe Niveau. Also zwischen 1.791 und 1.800 könnte demnächst die Bodenbildung sogar erfolgen, was uns natürlich alle freuen würde, damit wir hier auch endlich mal wieder am Boden sehen und auch eine Turnaround-Geschichte. Wir sehen das hier nochmal. Ich gebe den Chart zurück. Extreme Abwärtsbewegung und gleichzeitig vielleicht hier jetzt die Chance auf eine Bodenbildung im Bereich 1.800. Das wäre schön, das wäre erfreulich und dementsprechend schauen wir, was passiert in nächster Zeit. Ja, ich gehe zurück zu mir. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das hat mich wieder mal gefreut. Schauen wir, was das Gold macht. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende, eine schöne Zeit. Beginnende Fastenzeit. Für manche eine schöne Zeit, für manche nicht. Aber eins wünsche ich Ihnen, bleiben Sie gesund, körperlich, geistig und seelisch. Das ist das Wichtigste. Bis zum nächsten Mal. Ihr, euer Martin Utschneider. Servus und Tschüss.